Erika Fisch ist eine ehemalige deutsche Leichtathletin und Olympiateilnehmerin, die für die Bundesrepublik startend in den 1950er und 1960er Jahren im Weitsprung im 100-Meter-Lauf und 80-Meter-Hördenlauf im Fünfkampf sowie als Staffelläuferin erfolgreich war. Sie galt als olympischer Pechvogel, da sie bei drei olympischen Sommerspielen vom Verletzungspech verfolgt war. Leistungen Zwischen 1953 und 1964 nahm sie an 19-Länder-Kämpfen teil und gehörte in ihrer besten Wettkampfzeit in fünf Leichtathletik-Disziplinen zu den Top 5 der Welt. Sie galt als die weltschnellste Start-Erin ähnlich wie ihr Sprintfreund Armin Hari und war die vielseitigste deutsche Leichtathletin. 1962 gewann sie bei den Europameisterschaften in Belgrad zwei Medaillen. Im 80-Meter-Hördenlauf holte sie Brossel zeitgleich mit der Goldmedaillengewinnerin Theresa Ciply in Europameisterschaftsrekord und mit der viermal 100-Meter-Staffel Silber. Gold ging an Polen in 44,5 S. Erika Fisch wurde 1945 mit ihrer Familie in Hannover ausgebombt. Sie startete 1953 zunächst für den Verein MTV Osterode, ab 1956 für SV Hannover 1896. In ihrer Wettkampfzeit war sie bei 1,57 Meter Größe nur 48 Kilogramm schwer. Sie erhielt deshalb den Spitznamen Fischlein. Sie heiratete am 1. Mai 1964 den Lehrer Günther Klaus und beendete damit ihre Wettkampfkarriere. Sie lebt in Gabsen bei Hannover. Ehrungen. Als Anerkennung ihrer herausragenden Leistungen und ihrer sportlichen Fairness verlieh ihr der DLV 1964 als zweiter Leichtathletin nach Maria Sander. Den Rudolf Habich Gedächtnispreis. Dieser Wanderpokal wird an einen würdigen und verdienten Leichtathleten, der in Haltung und Leistung als Vorbild für die Jugend gelten kann, verliehen. Für ihre Verdienste in Niedersachsen wurde sie als herausragende Sportlerin, die die Entwicklung des Sports maßgeblich beeinflusst und geprägt hat, in die Ehrengalerie des Niedersächsischen Instituts für Sportgeschichte in Hannover aufgenommen. Im Jahr 2009 benannte die Stadt Hannover die ehemalige Mehrkampfanlage am Niedersachsenstadion in unmittelbarer Nähe des Sportleistungszentrums. Eine größere Sportanlage mit mehreren Rasenplätzen, 400 Meter Rundlaufbahn, umfassenden Leichtathletikanlagen und einer kleinen Tribüne im Sportpark Hannover ihr zu Ehren in Erika-Fisch-Stadion um. Weitsprung-Ergebnisse bei internationalen Höhepunkten. 1954 Europameisterschaften Platz 4 1956 Olympische Spiele Platz 4 Trotz eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel 1958 Europameisterschaften Platz 12 Es gab nur einen gültigen Versuch Ergebnisse Deutsche Meisterschaften 1953 Weit 5,86 m 1954 Weit 5,95 m Weit 5,80 m 1955 60 m 7,8 s Weit 5,80 m 1956 56,80 m Hürden 11,0 s Weit 6,19 m 1957 80 m Hürden 11,3 s 1958 55 m Hürden 8,0 s 4 mal 1 Runde 1 24,2 m 24,2 m 4 mal 100 m 48,1 s Weit 6,15 m 1960 5 Kampf 4,301 Punkte 1961 60 m Hürden 8,4 s 100 m 12,2 s 80 m Hürden 11,0 s 5 Kampf 4,362 Punkte 1962 52,55 m Hürden 7,7 s 4 mal 1 Runde 1 21,7 m In 80 m Hürden 10,7 s 5 Kampf 4,481 Punkte 1963 80 m Hürden 10,7 s 4 mal 100 m 46,1 s 5 Kampf 4,355 Punkte 1964 50 m Hürden 7,2 100 m 100 m 12,1 80 m Hürden 10,9 s 4 mal 100 47,3 s Sie gewann 19 deutsche Meisterschaften Persönliche Bestleistungen 1956 100 m 11,6 s 1960 200 m 24,6 s 1958 Weit 6,21 m Ergebnisse Deutsche Rekorde 1951 1951 100 m 11,6 s 1958 Weit 6,21 m 1962 80 m Hürden 10,6 s Ergebnisse Europa Rekorde 1955 50 m 6,5 s 1956 50 m 6,5 s Weltrekorde 1954 Weitsprung 5,95 m 1955 50 m Hürden 7,1 s 1956 4 mal 100 m 45,1 s In der gesamtdeutschen Auswahl Erika Fisch Christa Stapnik Gisela Köhler Bärbelmeier Am 30 September 1956 beim Dresdner Habich Sportfest vor 110.000 Zuschauern Sie startete für die verletzte Gisela Henning 1961 60 m Hürden 8,4 s 1963 50 m Hürden 7,0 s 1963 60 m Hürden 8,4 s 19,0 s 19,0 s 19,0 s 19,0 s